Ravido, retrové und herzlich willkommen. Auch an diesem Samstag dominiert die Katalonien-Krise in Europa. Der von Madrid abgesetzte katalonische Regierungschef Puigdemont kündigt friedlichen Widerstand gegen die Zwangsverwaltung an. Frankreich verschafft die Impfpflicht. Ab Januar 2018 sollen elf Impfungen bei Kleinkindern obligatorisch werden. Und Fotograf Ralph Gibson gibt uns eine kleine Masterclass in Sachen Zwischenräume. Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der jungen spanischen Republik wendet die Regierung in Madrid Verfassungsartikel 155 an. Dadurch hat Spaniens Ministerpräsident Rajoy jetzt offiziell die Amtsgeschäfte des katalanischen Regierungschefs übernommen. Der bisherige Amtsinhaber Puigdemont ließ in seiner Rede am Nachmittag durchscheinen, dass er der Amtsenthebung nicht Folge leisten wird. David Arnold mit den Einzelheiten. Tja, und die katalonischen Unabhängigkeitsverfechter sind auch empört über die fehlende Rückendeckung Europas. Dabei liegt es in der Natur der EU, den Zusammenhalt und nicht das Auseinanderfallen Europas zu unterstützen. Aus Paris, Berlin, Brüssel und auch aus den USA gab es heute unterstützende Worte für die Maßnahmen Madrids. Was es konkret für die Menschen in Katalonien bedeutet, künftig aus der Ferne, also aus Madrid, regiert zu werden und wo es zu Problemen kommen könnte. Dazu Johanna Siegel. Tja, und wenden wir uns jetzt Wahlen zu in Europa, deren Legitimität niemand anzweifelt. Die Isländer bestellen nämlich heute ihr neues Parlament und das zum zweiten Mal innerhalb nur eines Jahres. Ministerpräsident Benig Ditson musste das isländische Parlament vor einem Monat auflösen, nachdem seine Mitte-Rechts-Koalition die Mehrheit verloren hatte. Einen klaren Favoriten gibt es bei diesen Wahlen nicht, aber wahrscheinlich wieder zähe Koalitionsverhandlungen. Marina Mekkaoui berichtet. Nach Deutschland. Die fast zur Bedeutungslosigkeit zusammengeschrumpfte Pegida-Bewegung feierte heute in Dresden ihr dreijähriges Besuch. Hier in Sachsen hat die AfD ihr stärkstes Ergebnis bei den Bundestagswahlen geholt. Eine Verschiebung der Wählergunst, die CDU-Ministerpräsident Tillich zum Rücktritt bewegte. Ja, aber was macht die Menschen diesem Teil des Ostens so wütend? Dieser Frage geht Petra Köping von der SPD seit einem Jahr nach. Die sächsische Integrationsministerin reist quer durch Sachsen und hört den Menschen zu. Und die erzählen gar nicht so viel über Flüchtlinge, sondern vielmehr von Enttäuschungen und Entbehrungen. Eine Reportage aus dem ganz tiefen Osten von Nathalie Deiber. Bye-bye Air Berlin. In der Nacht landete der letzte Flieger der Airline in Berlin-Tegel, wo er mit großem Aufgebot von der... Und jetzt dürfen Sie sich wie immer samstags auf Spannendes aus der Welt der Wissenschaft freuen. Zuerst stellt Frank Dürr Ihnen vier neue Errungenschaften vor. Impfen oder nicht impfen, das ist eigentlich keine Frage. Weltweit empfehlen Wissenschaftler und Mediziner besonders Kleinkinder gegen ansteckende Krankheiten wie Kinderlähmung, Röteln oder Pocken impfen zu lassen. Dennoch ist in Europa in den letzten Jahren das Lager der Impfskeptiker gewachsen. Tja, wie geht man mit ihnen um? Mit mehr Aufklärung oder mit Impfzwang? Die Tendenz in Europa geht eindeutig in Richtung freiwillige Impfung. Viele Länder haben die Impfpflicht in den letzten Jahren abgeschafft. Ganz anders Frankreich, wo die Impfpflicht heute verschärft wurde. Ab Januar geborene Babys müssen künftig nicht mehr drei, sondern elf Impfungen vorweisen, wenn sie zum Kindergarten oder zur Vorschule zugelassen werden wollen. Ob das der richtige Weg ist? Eine Reportage von David Arnold. Kennen Sie Ralf Gibson, diesen amerikanischen Fotografen, der inspiriert von der französischen Nouvelle Vague in den 60er Jahren eine neue minimalistische Bildsprache erfand? Dieser Meister der klaren Linien und der exakten Zwischenräume hat eingewilligt, uns das Geheimnis eines guten Fotos zu erklären. Also Platz für eine kleine Masterclass von Ralf Gibson, eingefangen von Richard Bonich. Tolle Bilder. Diese Fotos aus Ralf Gibsons Trilogie aus den 70er Jahren sind noch bis Anfang Januar 2018 in Montpellier im Pavillon Populair ausgestellt. Ein guter Grund mehr, Südfrankreich im Herbst oder Winter zu besuchen. Boller, das war's von uns für heute. Morgen um 19.15 Uhr gibt es dann die nächste Ausgabe des Arte-Journals. Machen Sie's gut bis dahin. Merci de votre fidelité. Et à demain. Untertitelung des ZDF für funk, 2017